In dieser Aufnahme geht es um ISO IEC 27000. Dabei handelt es sich um eine Familie von Standards, die von der Internationalen Standardisierungsorganisation ISO und der International Electrotechnical Commission gemeinsam herausgegeben werden. Unter Familie von Standards versteht man eine Reihe von Dokumenten. Dabei gibt es zunächst mal die ISO IEC 27001. Dieses ist die obligatorische Basis für die Zertifizierung von Organisationen. Das heißt, dieses Dokument ist verbindlich, während Sie sonst weitere Dokumente gleich sehen werden, die nur Empfehlungen darstellen und nicht unbedingt umgesetzt werden müssen. In diesem Dokument ISO IEC 27001 werden Anforderungen an ein Information Security Management System genannt. Hier soll man sich überlegen, wie man mit Informationen in der Organisation insgesamt umgeht und wie man diese Informationen vor Gefährdungen, also dass sie beispielsweise anderen bekannt werden, schützen kann. Das Ganze basiert auf einer Risikoanalyse, bei der man sich die Gefährdungen für die einzelnen Informationen anschauen soll und eine Auswahl von Maßnahmen treffen soll. Diese Maßnahmen kann man dann auch so betrachten, dass man sich deren Aufwand anschaut und bei manchen Bereichen auch gewisse Restrisiken eingehen kann. Auf jeden Fall soll am Ende dann eine Bestätigung durch das Top-Management erfolgen, welche Maßnahmen insgesamt ausgewählt wurden. Bei der ISO IEC 27002 und 27003 handelt es sich um Empfehlungen für die Erfüllung der Anforderungen. Also wie kann ich die Anforderungen jetzt aus dem vorherigen Dokument dann erfüllen, und zwar in technischer und in organisatorischer Hinsicht. In dem Dokument 27004 geht es um die Analyse der Umsetzung des ISMS, das heißt man hat jetzt hier so ein ISMS, so wie man sich das vorstellt, umgesetzt, möchte aber überprüfen, ob die Umsetzung tatsächlich erfolgreich ist. Dann hat man noch eine Empfehlung zu einer Risikoanalyse, das heißt welche Risiken jetzt hier bestehen. Die weiteren Empfehlungen 27006 und 27007 beziehen sich jetzt nicht auf Organisationen, die sich jetzt hier schützen wollen, sondern auf Organisationen, die jetzt andere Organisationen zertifizieren möchten. Dabei gibt es wiederum 27006 obligatorische Anforderungen für die Auditoren, also die jetzt hier diese Zertifizierung durchführen sollen. Und das nächste Dokument 27007 sind dann aber nur Empfehlungen, wie der Ablauf eines Audits erfolgen soll. Insgesamt gibt es noch zwei branchenspezifische Empfehlungen in dieser Standardfamilie, nämlich für den Bereich der Telekommunikation und für das Gesundheitswesen. Die ISO-IEC-Zertifizierung für Organisationen läuft folgendermaßen ab. Also Organisationen, die hier zertifiziert werden sollen, die müssen sich entsprechende Auditoren suchen. Die Auditoren selber müssen aber akkreditiert sein. Das heißt, sie müssen bei einer entsprechenden staatlichen Stelle registriert sein und von der auch überprüft werden. In Deutschland ist das die DA-KKS-GmbH. Die üblichen Schritte bei der Zertifizierung sind dann wie folgt. Zunächst einmal führt eine Organisation, die zertifiziert werden möchte, eine Selbstbewertung bezogen auf den Standard durch. Also man wird erstmal selber schauen, ob man nach eigenen Maßstäben den Standard erfüllt. Dann wird mit Auditoren verhandelt, um kritische Punkte herauszufinden. Also was sehen die Auditoren als kritische Punkte an, die eventuell noch nicht richtig erfüllt wurden. Die weiteren Schritte sind dann der Audit, wobei der Audit selber aus zwei Teilen besteht. Zunächst einmal werden sich die Auditoren Dokumente der Organisation anschauen. Also zum Beispiel Richtlinien, die intern an die Mitarbeiter herausgegeben wurden. Und dann erfolgen Vor-Ort-Überprüfungen. Das heißt, die Auditoren, die sind dann tatsächlich vor Ort bei der Firma und schauen sich das an, wie das sich darstellt. Ob zum Beispiel Schutzmaßnahmen an den Türen tatsächlich so sind, wie in Dokumenten beschrieben. Und sie führen auch Interviews mit Mitarbeitern durch, um deren Kenntnisstand und Verhalten zu überprüfen. Der Auditor stellt dann am Ende einen Audit-Report und das Zertifikat wird dann an die Organisation vergeben. Die Bereiche oder der Standard ISO IEC 27001 ist kein Widerspruch zu dem IT-Grundschutz. Ganz im Gegenteil kann man die Zertifizierung nach ISO IEC 27001 auf der Basis von dem IT-Grundschutz durchführen. Wobei ja der IT-Grundschutz einem konkrete Empfehlungen gibt, wie man die Maßnahmen oder welche Maßnahmen sinnvoll sind und was man da machen kann, um Anforderungen zu erfüllen. Bei der Zertifizierung ist jetzt hier folgende Bemerkung, also jede Organisation kann sich ja den Auditor aussuchen, aus Auditoren wählen und zahlt ja auch für die Durchführung des Audits. Das heißt, beide Seiten, die Organisation selber und auch der Auditor, haben ein Interesse daran, dass die Zertifizierung erfolgreich verläuft und sodass die dadurch wahrscheinlich wird. Neben der Zertifizierung von ganzen Organisationen ist es auch möglich, Personen zu zertifizieren. Die können dann ihr Wissen über ISO IEC 27001 nachweisen, wobei verschiedene Stufen Foundation Professional Auditor möglich sind.